und ich würde sagen spiel viel spaß und ja kann man auch nicht mehr losgehen wie meinst du das ja das geht doch nein bei mir geht es nicht man kann doch den aus können machen nein jetzt hoff nicht ich guck mal warte ich muss kurz was machen ich muss kurz was bei whatsapp was gucken chill 10 sekunden ok lasst uns klesen ich will das spiel und ich würde sagen sorry wegen den legs ich kann nichts dafür und sorry wenn du dich doppelt hast ja sorry aber ich kann nicht auf mein ach digger scheiß drauf jetzt auf mein handy ich will einfach entspannt streamen mein haus ist auch keine truhe und keine waffe nur 24 ne haben die eine waffe ich habe nämlich keine waffe haben die eine waffe ja ja ah man das waren drei vier stück komm her ja das waren 3 teams oder so ich komme ich habe keine waffe ne was machen komm bitte hilf mich einfach hilf mich komm schnell das sind zwei einer ist genug warte ich kenne nein hilf mich doch einfach mach an nein ich habe die aber ich habe ja egal guck das war aber so knapp ey das war aber so knapp Hör, warte mal, was ist das? Bei mir war eben gerade der Golf mal ein Diamant. Super, ja. Geh mal zu, fuschen, geh mal fuschen. Wohin denn? Ja, da geht es nicht. Ja, ich weiß halt nicht, wo welche sind. Ja, guck mal, blau ist oder so irgendwie. Ich bin halt gar nicht, oi, warte ich schon wieder mein Kissen, Digga. Kissen, da ist Glück. So, warte. Sorry halt. Ich bin halt nicht, ich bin halt nicht. Ich bin halt nicht, ich bin halt nicht. Boah, ich hol den Sieg für dich, okay? Ja? Ja, ich versuch dich. Da bist du der Ehren-Monster-Youtuber. Der Ehren-Monster-Youtuber. Was? Na genau. Ich mach auch nicht, eigentlich. Echt? Mhm. Wie hast du? Holpas springt. Lenima, ich hab das nicht erschreckt. Wie? Lenima, also L-E-Lehrtasse L-A. Ja. Ich weiß es im Duman-Ano. Oh, wir sind schon fit, ich kann spielen. Sechs. Let's go. Gibt's irgendeinen, der spielt doch den Film, die schwarz sehen? Hm. Nicht, dass ich wüsste? Junge, mein AIM, Digga. Das ist der Ende. Alter. Ja, morgen. Danke. Warte, ist das eine Granate? Ja. Ja. Junge, der vom Berg nervt mich. Junge! Der läuft so hart! So ein Bastard. Wenn wir heute noch einen Sieg wollen, ne? Ja, ich hab heute schon einen Sieg geholt. Ja? Ja. Ja, guck mal ins Team. Ja, moin. Ich bin, äh, level up. Level up und Stufe up. Modus oder? 57. Ne, mach normal, Digga. Ne, ne, hast du den Sieg normalen Modus oder 57? Ach so, äh, Duo oder Team, keine Ahnung. Duo, glaube ich. Wie viele Wins hast du? Äh, 47, 48. Und was war dein Rekord von Sieg? Äh, wie denn? Äh, wie meinst du das? Also, letzte Season. Letzte Season, wie viele epische Sieger ich gemacht habe. Ich hab's, 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 ich hab's. Na ja, die gibt's doch schon. Na ja, die gibt's doch schon, du Dunghof. Hä? Bei mir stand, bei mir stand die, bei mir stand die Nix im Spiel. Ja, ist klar, Junge. Ich schwöre auf Gott. Ich schwöre auf meine Mutter. Alter, ich hatte die einfach, die hat sie nicht verleidert. Naja, ich hatte den noch nicht, aber ich weiß, dass die schon drin war. Guckst du nimmst, du nimmst die neue auf. Erstmal baust du einen Baum ab. Und dann, hä, ich hab die neue Maschinenpistole. Die blaue, äh, Dings. Die blaue... Schau schon, der hat die Maschinenpistole, hab ich gedacht. Ja, wo bist du denn? Naja, okay. Ich bin 10. Ja, ich, ich komm, ich komm, ich geh grad ins Portal. Ja, ein Portal. Aber ich werd sterben, ne? Ja, ich werd sterben. Von mir sind Tausende drin. Hä? Junge! Ich hab die Neuen! Ich hab sogar die Neuen! Ich hab die! Die Fisch sind grau auch. Einer hat auch die. Wo ist der Backe? Bei mir. Ich mach nur 19 Schaden. Aber die hört sich voll geil an. Komm mal. Irgendwann müssen wir hier. Ja, ich geb ihn ein Pumpkin! Ich komm, ich komm! Los geht! Los gehts! Los gehts! Los gehts! Los gehts! Los gehts! Sorry! Ich kann sich denen! Aber die ist gut. Hilfst du mich? Ja! Mhm. Kannst du dich schämen lassen? Hä? Das ist keine neue Maschinenpistole. Das ist einfach die Schaltdämpfer-Maschinenpistole. Nein! Doch, die wurde weggemacht, die Schaltdämpfer. Und dafür ist die da. Wirklich? Ja. Und du bist tot. Weil du keine Mets mehr hast. Alter, die ist mega OP. Mach Pump und diese neue. Lass mal gleich, äh, ähm, neuen Skin und so. Also, äh, ich meine, gleichen Skin, gleichen Rucksack und so. Ja, Mann. Das sind auch welche. Ja, Mann. Das sind auch welche. Ja, Mann. Ich muss auch mal machen. Ich muss das mal machen. Ich muss das mal machen. Jetzt Schussrate wie ein Rattergewehr. Ich hab keinen Schuss. Das ist doch so schlimm gemacht. Ich hab' keinen Schuss. Ich hab' keinen Schuss, das ist so schlimm gemacht. Was für ein Eierkopf, Alter. Ist halt wirklich so. Wie viel Schuss hat die im Magazin, die Neue? 30, ich konnte mal. Echt jetzt? Digger, bei mir schießt du 10.000 Mal schon. Hier war noch einer. Die hat kleine Muni, oder? Ja. Ja. Alter. Für kleine Muni ist die mega OP. So, der ist da drin, oder? Ich glaub. Der ist wahrscheinlich... Der ist unten, glaub ich. In den kleinen Zimmer. Locker. Digger, was sind das für Loops? Du hast schon drei... Oh Mann. Du hast schon drei... Du hast schon drei... Du hast schon drei Duos-Teams gekillt. Aber guck mal, welche Loops das sind, Alter. Die stehen nur rum. Oh, danke für die zwei Zuschauer. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall Titan Stream. Wäre ganz nett. Du hast schon drei Duos-Teams in den kleinen Zimmer. Und du hast noch zwei Teams. Du hast noch ein paar Teams gekillt. Wir sind auch die Besten der Welt. Ja, geh, ich melde den einfach jetzt. Dummer Spast. Wem nicht? Nein, ich melde den Scores 91. Boah, Junge. Ist das so? Dummer Spasti. Wichskind. Weil du guckst ihm ja grad zu, oder nicht? Äh, nein. Guckst du mir grad zu? Ja. So. Dummer Spasti, Wichskind, kann nix. Die war auch nicht bei jemand. Die war für so geil. So. Du bist der Wahnsinn. Stand bei mir. Und jetzt wieder null Abonnenten, danke dafür. Ich meine null Zuschauer. Ja, null Abonnenten. Null Abonnenten, Digga. Wahrscheinlich. Also dein, dein YouTube-Account heißt Lenny. Na. Ein E oder? Lenny, ein E, M A. Hä? Ich meine am Ende, I. I, M A. I, E oder? Nein. Also L, E, N, I. L, E. L, E, M A. 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 Warte, warte, warte. Ich hab dich gefunden. Ja. Ich hab ein paar Likes. PS4 live übertragen von Bengel. Hat zwei Dislikes. Oh. Egal. Ich, keine Ahnung, ich hab ein Like da gelassen. 14 Aufrufe. Erstmal abonnieren. Jetzt hast du 11 Abonnenten. Hab ich auch, glaub ich. Glocke aktivieren. Ehren, Mann, Junge. Was war eigentlich dein erstes Video? Ich guck mal. Ja, ich meine Stream. Vor zwei Monaten, Digga. Ich schau mir das an. Da hat es nur, äh, noch dieses, äh, R6, äh. Oh, der ist one shot. Hä? Hä? Der hat auch 6 Skills. Lol, das ist ja noch viel. Ah, das ist ärgerlich. Ne, Mann. Wenn man 6 Skills hat, dann am Ende... ...er kackt man wirklich. Ah, na ja. Manchmal fuckt es halt richtig ab, ne? Ich bekomm den Tanz in 4 Stufen. Warte, 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 abbrechen, abbrechen! Oh, Mann, wir wollten doch den gleichen Skin... Warte. Warte. Ich, ich mach Blockbuster. Ochsack. Und welcher Spitzhack hast du? Ja, die Ballonhacker. Und welchen Hängelette hattest du? Äh... Ich hab... ... ... ... ... ... diesen roten Streifen. Achso. Ich hatte den äh... ... epischen Sieg. Ich hab voll Bock auf diesen epischen Sieg. ... und was du jetzt Blockbuster genommen hast. Ja, ich weiß es dumm, aber... Ich hab gesagt Blockbuster Rucksack aber Kopf hoch. Oh. Das war's komplett. Das war's ja mal wieder komplett. Warum habe ich zwei Dislikes? So, jetzt komme ich mit dir. Wohin? Backstein, komm. Rote? Ja. Hier gibt es zwei. Ja, ich bin da, wo ich bin. Ich bin das vor dir. Weil hier geht immer. Trommelgewehr, nice. Hab keine Waffen, nice. Das ist nicht nice. Oh mein Gott. Wow, eine Revolver. Geil. Ja, voll geil. Ja Junge, ich habe nur noch Revolver. Ich schaff dir jetzt meine erste Chess in diesem Game. Komm her. Und da ist ein Stummel drin. Ich hab eine Pant für dich. Und alle. Hier liegt eine Falle, das ist meine. Was heißt die? Die ist halt. Die haben die Schallgedämpfte Pistole nicht rausgepatcht. Ich hab die grad. Ja, ich hab die auch grad. Ich hab doch gesagt. Ja, genau. Ja Junge, woher soll ich das wissen? Ja, alles gut. Ich komm früh hin. Ich loote hier das Haus. Ich loote hier das Haus. Get off me. Ich komm, ich brauch nur ne Pump. Im Mini-Haus. Im Mini-Haus. Im Mini-Haus. Ich hab eine. Ne, ich hab keine für dich. Aber komm mit. Ich weiß, wo eine blaue. Komm mit. Ja, wo? Mini-Haus. Im Mini-Haus ist einer. Komm mit. Ich verpasse Karnaten. Hier ist meine Falle. Hier ist meine Falle. Hier ist meine Falle. Hier ist meine Falle. Was gedacht? Ich werfe Karnaten. Wir sollen hier müssen eine blaue Kampen. Moni wäre auch nett. Ich verstehe nicht. Bei mir? Oh ja. Mein Pink ist jetzt auch nicht der Beste. Nein. 3 AP. Ich heim mich. Ja, mach das. Ich hab einen 133er Pink. Ich hätt' auch nicht. Ich hätt' auch nicht. Hätt' mich. Ja, bitte bitte bitte. nein das hier der ist bei mir Der ist bei mir. Der läuft irgendwo. Ich höre seinen Schritt ganz lang. Einer ist verletzt. Wir haben ihn vernünscht. Hier ist noch einer. Ich habe den Kill bekommen. Ja genau. Der ist hier irgendwo. Ich weiß es. Also ich komme. Vor dir, vor dir. Der kommt hoch. Hinter der Mauer. Ja der Borde hoch. Neben dir. Rechts. Genau unter der Trecke. Neben deiner Wand. Der kommt rechts. Ich habe nur noch drei Schatten. Versuch runter zu kommen. Dann unter dir. Genau unter dir. Komm hier. Hier ist meine Falle dann. Wie geht denn alle rein? Nein. Ich schaff das nicht. Dicke. Wie soll ich spielen, wenn ich ein 126er Pink habe? Wie soll ich spielen, wenn ich ein 126er Pink habe? Ja. Ganz ehrlich. Warte, lass ihn lassen uns spielen. Welchen? Ja, den, wo ich habe. Den, wo du gerade eben hattest. Den Motorrad? Aber ich habe keinen Bock auf den. Hast du Sensenmann? Nein. Doch. Ich habe aber keinen Bock auf ihn. Hast du Carbide? Oh mein Gott, sorry. Oh mein Gott, sorry. Oh mein Gott, ja. Oh mein Gott, ja. Aber nicht viel. Was wurde? Also ich habe, ich kann nicht die Farben ändern. Ja, ich auch nicht. Ach so. Aber ich kann meinen Rucksack nicht weg tun. Ne, wie? Warum nicht? Ich kann ihn einfach nicht weg tun, guck. Ja, ich auch nicht. Kannst du den Loops gewählen? Versuch mal. Ne, auch nicht. Ja, okay, dann, wir, wir sind eh gleich. Wir haben auch den Glas auch nicht. Ich bin schon zu sehen. Ich bin ja jetzt der Grande auch nicht. Apa, was ich, was ich habe. Ich bin ja jetzt hier in der Nähe. Ich bin ja auch nicht. Ja, wir haben dann mit dem Glasfisch. Und das ist einfach hier. Hey, guck mal, der kann... Nee, doch nicht. Wohin? Paradies? Lass mal gleiches Haus, lass mal dieses Haus, guck, zoom mal ran, warte. Ich kenn mich nicht in der Stadt aus, ne? Wir gehen in dieses Haus. Ich folg dir einfach, obwohl, warte, meine Mutter. Aber ich kenn mich nicht so richtig aus, weil ich geh hier fast nie, wenn, dann gehst du, dann schicke. Ja, okay. Guck, wir gehen in dieses Haus, doppel. Ja, ja, können wir machen. Hä? Ich kann mich gar nicht ausziehen. Ich weiß nicht, wo eine Waffe ist. Ich hab keine Waffe. Ich hab die neue. Jetzt wechs die. Danke. Ich hab selber die neue. Ich hab selber die neue. Ja, komm her. Ich hab die normalen. Ich hab die, ich hab die normalen. Sollen wir jetzt pushen? Ich weiß, weil die landet. Ja, ja, hier vorne. Glaub ich. Und die, die Waffe ist ja mega geil. Hm, wird sich doch mega geil an. Und. Oh, 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 oh. Bei mir, bei mir. Junge, was? Hinter dir, hinter dir. Ich hab keine Minus, ich muss nachladen. Ja, ich muss da auch nachladen. Aber wie, wie alle nur mich pushen. Lass uns jetzt rennen, schräg, okay? Lass uns rennen, schräg, 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 schräg. Aber jeder hat mich gepusht, ne? Ich hoffe erst mal gar nicht, wo du warst, weil ich kann mich gar nicht hin, wie so schadet aus. Ja, ich war oben. Ähm, lass uns, ähm. Ähm. Hast du, welche Skins hast du so alle? Ich hab Drift, Omega, Carbide, Blockbuster. Lass uns, lass uns Drift, äh, Stufe 1 nehmen. Und, äh, Blockbuster. Hä? Okay, und Blockbuster, geht doch gar nicht. Ne, und, äh, Blockbuster, Rucksack. Wollte ich noch Stufe 2? Ah ja, das ist Stufe 1 eigentlich. Nein. Da. Das ist Stufe 2, was du hast. Ja, dann nehmen wir auch Stufe 2. Boah, ich freu mich so, wenn ich die Maske von mir hab, ne? Ja, schau. Ich brauch noch 9.000, 8.000 XP, dann bin ich bei der Jacke. Du? Äh, ich hab schon die Jacke, glaub ich. Du meinst die rote Jacke, ne? Ja. Ja, die habe ich schon. Echt nicht. Ich bekomme gleich, äh, gleiche. Ich weiß nicht, äh, die Maske. Ab welches Level bekommt man die Jacke? Äh, Level 20, glaub ich, oder? Ich weiß nicht. Was? Level 20, denke ich. Ja, ich denke zu Level 22, äh, 20, 20 oder 25. Ich bin jetzt Level 19. Ich bin Level 25 fast. Kannst du mich hochpushen auf Level 20? Also, eigentlich musst du das selber machen, weil ich kann dir da großartig nicht helfen. Weißt du warum? Ich muss einfach viel überleben. Ich habe noch eine Degel, ich komme her, bitte. Oder an diesen zwei. Ja, komm zu mir. Ja, wie komm zu mir? Komm in meiner Richtung zumindest. Nee, warte, komm in mein Haus, hier liegt eine Pump. Ich habe einen angehörter Schüttel. Nein, ich gehe in dieses Keller aus hier. Mach das. Warte, ich nehme dir eine Pump und eine Tag mit. Okay? Ja, danke. Okay, ich komme. Oh, Null! Ich habe ein voll langes Hütter. Ich habe eine Tag schon, aber ich brauche eine Pump. Aber Tag und Pump macht keinen Sinn mehr. Ja, ich weiß. Hier ist ein Map, hier oben. Äh, im, äh, ich habe einen Sniper im Dings Haus. Kann ich dich sagen, ich bin gut in Stumpen. Komm. Komm. Oh, Null. Komm hier, komm hier. Nein Mann, ich schüttel ihn an! Was ist das? Ich hab kein Bock mehr. Warte doch! Schieß mal! Was ist das? Ich verstehe deine Sprache nicht. Was ist das? Musst du auf? Nein. Welche Sprache sprichst du? Erbanisch. Ach so. Ich bin Level 26. Ich 19. Ich hoffe, ich werde diesen Stream noch Level 20 erreichen. Ich brauche 1027, keine Ahnung, 1527 XP oder so. Ich habe ein neues Kabel. Ich finde es scheiße, wenn man so irgendwelchen 100er Pink hat. Pink? Ja. Jetzt habe ich einen 92er. Egal, Internetverbindung. Lass uns mainen. Lass uns mainen. Oben links, neben deinen Namen rechts, dann steht da Pink. Lass uns double L. Ich bin mainen, Junge. Ich werde die ganze Zeit nach hinten teleportiert. Nein, 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 nein! Noll! Kann man das machen? ja keine ahnung kannst du mal kannst du mal deine internetverbindung auf europa machen damit ich ja damit ich einen besseren pink habe damit ich besser spielen kann du meinst auf spielersuche ja regionen halt keine ahnung ja ja jetzt kann ich jetzt habe ich hoffentlich ein bisschen pink Die Bahnseide vielleicht, aber der ist selten. Ja, ich habe einen 66er, aber egal, das geht. Hallo, du einer Zuschauer. Wer auch immer du bist, du kannst... Doch, ich habe einen 25er, oder? Du kannst mal in den Chat schreiben, wer du bist. Ich kenne die, also ich weiß nicht, wer du bist. Du Zuschauer, Irremann. Ich habe einen 38er, glaube ich. Ich habe einen 77er, ja. Umso kleiner, umso besser. Umso größer, umso schlimmer. Ich glaube, ich habe einen ganz schlechten. Wir haben auch mal einen richtig schlechten. Kommentare. Hi, Mapa. Ich bin Luca. Ach so, okay. Hi, Luca. Warte, ich muss mich kurz irgendwo verstecken. Schön mal kurz. Bei mir sind zwei. Ich gehe kurz tanken. Ja, guck mal, wo du bist, oder wo ich bin. Äh, Luca. Was wolltest du? Äh... Okay, mach... Okay, mach... Ich mach Party hoch. Hier, du kannst jetzt scheunen. Ich weiß, wo viele Gegner sind, ne? Hier. C1. C1. Hilfe! Hilf mir! Nein! Warte mal, guck mal, ob ich Luca gestimmt habe. Nee, nee, nee. Okay, gut. Ah! Du hast doch gesagt, du bist in einer Gruppe. Und wir sind gerade in einer Runde. Oh mein Gott. Komm zu mir heim, ich hab... Ich hab deine Pistole, please. Please! Ich hab deine Pistole, Junge. Ich will auch nochmal sicher gehen. Pass auf, er hat eine Falle platziert. Nicht tanzen. Ja, ja, ich steu. Ich hab's gehört. Aber er zeigt dich nur, halt, ne? Ja, komm und heim mich einfach. Er ist bei mir, glaub ich. Ja, warte. Hey! Ich werde sterben. Hast du ne Waffe? Oh mein Gott. Hast du ne Waffe für mich? Ich bin low. Ich kann nicht mehr. Ich hab ein Medikip. 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 Kann ich das holen? Ja, ja. Ah ne, hol du. Danke. Warte, hier ist ein Freund. Ich hab ein Freund gefunden. Ey, Lukas, schau mal was. Schau mal. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hier war dieser 31er Move. Ich hab ein Medikipip. Ich liebe die Luft, Alter. Wahrscheinlich schickt er mir gleich Francho's Anfrage, ne? Ja, Mann. Aber ich muss den killen, weil, äh... Man darf nicht... Ja, dann bist du gebannt. Ja, ich will halt nicht gebannt werden. Ich hab Verbände. Ich hab, äh... Schon früh. Verlust ohne. Ich hab halt kein Material, ne? Naja, ich hab selber wenig. Alter, Bengel, sag mal deine Mutter, die soll mal aufhören, dass du Stopp sagen. Das nervt. Man, breff. Man, ne? Das nervt übelst. Ja, du vielleicht nervt. Boah, das nervt übelst, ne, Luca? Naja. Die macht vielleicht auch. Ich einfach... Okay, ich weiß. Ja, ich weiß, aber die macht vielleicht auch. Also, ich meine, das ist nicht böse gemeint, aber das nervt halt. Weißt du? Ich weiß. Und das ist halt auch mega laut. Boah, ich hab ja auch noch gebannt. Ja, okay, mach das. Auf dem PC. Also, ich bin auf dem Kopf. Schatz und Schalt gedämpft wird. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Den hast du davon ordentlich. Machen wir jetzt los. Oh, Junge, warte. Ich mach meine Koppel raus. Viel besser. Okay, ich hab nur einen Kopfhörer drin. Ey, oder? Kannst du nicht so lange stufen? Ja, okay. Okay, der hat aufgehört. Gott sei Dank, Alter. Nein. Aber stumm ihn mal. Der hat schon aufgehört. Ich hab nicht gestimmt. Er hat sich gestimmt. Ach so. Moin. Ich hab ihm gesagt, jetzt soll ich kurz schocken, dass er fertig ist. Du seid gut und fertig hast. Ja, werd ich auch verschlankt. Hä? Wer schaut mir grad zu? Schaust du mir grad zu, Luca? Ich hab halt immer noch einen Zuschauer. Voll der Back. Äh, derjenige, der mir zuschaut, kann der bitte, äh, mal in den Chat schreiben, wer das ist. Weil ich check grad gar nichts mehr. Eigentlich hat Luca mir zugeschaut. Und jetzt hat er, ja, keine Ahnung. Warte, Bengel, ich hab ein Auto gehört irgendwo. Ich hab Angst, wenn hinter uns einer so ist. Ey, da ist einer. Ich hab das Auto kaputt gemacht. Ich hab das Auto kaputt gemacht. Egal, lass's schon an. Oh mein Gott. Wir lassen's weg. Oder? Egal, komm, das zuhne. Hier fährt wir noch. So, ist wieder vorbei. Er hat verlassen. Ich muss nach der Runde auf. Warum? Ich weiß, ich fack meine Mama. Ja, moin, ich hab einfach die neue gefunden. Waffe? Waffe. Guck noch so ein bisschen hinter uns. Mach das. Hast du zufällig einen Bruder, der auch manchmal PS4-Zockt? Nein. Du hast dich irgendwie voll verändert, finde ich. Besser oder schlechter? Was? Besser oder schlechter? Schlechter, mit der Stimme besser im Game. Ich hab die Kugel aus. Ja. Ach, sie hat die Kugel aus. Ich hab die Kugel aus. Ja, ich hab die Kugel aus. Was ist das? Ja, also zum Runterbauen nütze ich die, weil man, da muss ich extra die Treppe. Was ist denn der Unterschied zwischen normalen Treppen und diesen Treppen? Eigentlich nichts, weil bei der Treppe, da baust du ja immer nach oben, ne? Dann, wenn du nach unten willst, dann benutzt du eigentlich die Pymeriden eigentlich immer. Also ich, weil, da muss ich einfach nicht die Treppe die ganze Zeit drehen. Boah, ich mach gleich mal raus. Weil mein Kopf ist voll leer. Alter, das leben noch 24 Leute, wer soll denn das nicht drin? 20, Schöpfer-Kopo. Ja, 20. Ich hab nicht mehr zu tun, das ist wirklich toll. Nee, wie schaut jetzt? Ich hab nicht mehr zu tun. Ich hab nicht mehr von mir zu tun und dann kann man ein kleiner Beispunkt. Ja okay. Da geht er. Ich hab ihn nicht mehr zu tun. Dann kann ich auch mit zu tun und dann eine kleine Beispunkt sein. Da hat wohl jemand das Portal genutzt. Ich erschüsse. Ja, hinter uns. Ich hab halt keine Sniper, ne? Hä? Keine mitgenommen? Da hinten, äh, Nordwesten. Da war doch keine. Nein! Da wurde runtergeschossen. Das sind die Puschen, oder? Kappe? Einer hat 20er Hit. Hab halt nur 95 Leben, aber egal. Ich hab auch nicht viel, ich hab 90. Da wird noch ein paar gegeben. Warte auf mich. Warum gehst du in die Zimmer auch noch nicht pushen? Weil ich denke, dass ich gut genug bin. Ja, aber wenn wir dann stürzen? Was dann? Wo ist der? Geht ihr nicht. Geht ihr nicht. Sag mal kurz. Vor mir. Einer tot? Nein, nein, nein. Der hat auch, der hat auch. Er hat auch die neue. Pass auf. Alter, ja. Ne? Warum gehst du ohne mich pushen? Ach, woher soll ich das wissen? Nein. Er hat einfach 6 Kühls. Läuft bei ihm. Ähm, get up please. Warte, vielleicht kriegst du noch noch runter. Die neue Wasser ist voll overpowered. Es soll so diese immer lower werden. Please, Epic Games. Ab Level 20 kriegt man nicht die Jacke. Ab Level 21 wenigstens. Glaub ich. Komm, wir machen jetzt ein Episch in deine letzte Runde. Okay? Mhm. Da müssen wir aber schon ein bisschen dick in sich spielen. Hä, der hat, der kann keinen Rucksack nehmen. Und der auch nicht. Und der auch nicht. Oh, bei mir. Okay, komm, lass uns Parody's Palms. Nein. Doch. Aber wenn wir direkt stehen. Okay, Rennstrecke. Auch nicht. Doch. Ich geh Lungen wie Wachtturm. Okay, dann geh ich hier hin. Komm mit. Nein, Mann. Ja, dann haben wir halt verloren. Das ist meine letzte Runde. Ich bin sicher. Ah ja, das ist doch sicher. Bei dir doch nicht. Wir können auch irgendeine spawnen. Bei mir sind keine. Bei der Tanke. Die sind alle zum Dorf gegangen und so. Ja, bei mir ist keiner. Bei mir schon. Ich hab keine Waffen. Ich hab keine Waffen. Ja, Pech. Warum bist du da hingegangen? Bei mir ist doch einer gelandet grad. Ich hab keine Waffen hier. Ich hab keine Waffen. Ich hab gar nichts gehört. Junge. Ey, 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 ey. Da ist ist der ein Fe집. Komm, lass uns mal r� am L�achen. Komm. Ne, Spaß mit einem 3,4,1. Okay, jetzt lass sich sicher spielen, okay? Deine letzte Runde, komm, Alter. Nein, dicker, Snobby ist nicht sicher. Junction. Nicht Spaß, lass Squeezy. Nein. Doch. Snobby ist aber nicht sicher. Warte, ich tunnel dich. Oh, schade. Snobby ist sicher. Ja, okay, dann Snobby, meinetwegen. Wann hast du das eigentlich Jakob King minus Johan genannt? Ähm, weil Jakob mein Name ist und King halt, weil ich ein König sein will. Nicht was? Weil ich gut behalten bin und K wegen mein Spitznamen Kuba und dann noch Johan wegen mein Bruder. Ich hab auch eine neue. Komm, komm zu mir, hier liegt die neue. Wo? 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 Ja, hinter dir. Oh mein Gott, ich hab keine Mets mehr. Ab wann? Ja, ich hab ihn einmal getroffen. Ich hab halt keine Metzen mehr, ne? Ich hab keine Metzen. Er hat, glaub ich, seinen Front. Komm! Mann! Mann! Spasti! Ist jetzt? Okay. Dann machen wir halt Solo, Jungs. Row to Level. Mach ab. Nee, Row to Level. Keine Ahnung. Was ist das? Über 1,20 oder so. Ich muss zweimal unter dem Level von Season. Schafft doch jeder. Dann geh ich mal, Paradis Palms. Dann geh ich mal, Paradis Palms. Mitelung. Los geht es ... Schmerz, Ruder. Schmerz. Fuck anti-hygne attack. Ach, das war's ja mal wieder komplett. Warte, ich hab oben noch nicht gelootet, oder? Ich versteh mich selber manchmal nicht. Ich bin raus, Jungs. Ich baue einfach ne Chest ab. Mein Gehirn ist aber auch weg. Ich hoffe, ich find hier noch ne Chest irgendwo. Ich muss weg von hier. Oh mein Gott, Jungs. Alles Glück. Luck. Ja. Ich steh' ein neues Buggi an. Ja, wo ist die Tasche? Nein. Nein. Bitte geh in meine Falle rein. Nein. Oh Mann, Mann, habe ich die Tür nicht zugemacht und werde in meiner Falle. Die reviewers 것이 nicht extremovy. Adieu, ich bin muy gut придetée. Geh mit loser! In meiner'szeit alle Bere czap! Oh Mann, 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 Mann! Oh fuck me, please.... Mama, pat's nicht, Jo. Oh, we are back. Oh, get it, we do. Oh, da, 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 da. Dun, 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 dun. Ich gehe mal wieder Parodys-Pens. Boah, Jungs, der Fankl war schon easy for Sweezy. Wie gesagt, ich bin Sweezy-Fan, Teilzeit-Gott-Fan. Teilzeit-Gott, Teilzeit-Gott. Und Sweezy und Haptic sind die besten, Alter. Meine Meinung. Ich sehe fast Sweezy. Was? Nein, Mann. Das gibt's doch nicht. Boah, Junge, ich mache jetzt schon ein Try-Hat-Move, Alter. So ein Try-Hat, Try-Hat. Try-Hat, so. Try-Hat. Try-Hat. Das stimmt, ich kann hier keinen Wupps nehmen. Brrrr. Egal, mache ich Try-Hat Nummer zwei. Blau-Mütze. Mit diesem Rucksack. Und der besten Spieltag der Welt. Und? Ne, ich kann irgendwie nicht. Und ja, komm so. Try-Hat. Baun, Baby, Arse, Kerl. Try-Hat. Move. Mach 3000 XP oder so, dann bin ich endlich level. 20. Ne, dann habe ich endlich diese rote Jacke. Ah. Jetzt muss ich so wie ein Noob spielen. Und dann kann ich bitte anmachen. Ich würde sagen, ich stehe mir direkt Lazy-Lazy links. Okay, ich war es Lazy-Lazy. Try-Hat-N-Hove-An. Strandschirm. Oh mein Gott. Hä? Hä? Jungs, was ist da? Achso, da ist der Dörr-Burger. Dörr-Burger bei Pi. Ey, ich gehe nochmal gleich hin. Nächste Runde. Lol. Ist das jetzt schon voll, oder? Rubenkiller 70, Alter. F-A ist da. So, ich habe den Kleinen jetzt in der F-A geschickt. Den Rumkler. Und er, ja, niederländisch, egal. Er kann hoffentlich auch Deutsch. Er hat ein Spiel und das ist namens Fortnite. Pauli 05 06. Alter, der fehlt auch, ne? Pauli minus 05 06. Oh, er hat das sogar angenommen. So ein Irre. Manne. Ja, Pauli kann ganz klassisch Deutsch, Junge. Da lade ich den netten... Oh, der ist schon dabei. Hallo? 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 Äh, can you German? Speak you German? Ja. Ja, morgen, er verlassen. Ich weiß nicht, wer zu skinnig nehmen soll. Ich nehme Lohre. Hier den. Den hier mit Flügel, oder? Oder, ja, kommt Flügel. Spitzackel ist eigentlich egal. Ich nehme immer ein paar Lohre. Das ist so. Ich wär immer mein Freund. Das macht Spaß. Und der Nächsten auch. Das macht sehr viel Spaß. Okay, Spaß. Ich kenne sowas von ne krasse Kombi, ihr nehmt einfach die Knight Raiderin mit Schwarz und Ritter Schild, Omega Spitzsacke und diesen Knight Raider, Knight Raider, wie heißt es, Knight Raider Fallschirm, also Hängeleiter, ihr wisst, ihr wisst, ich will einfach nur die Jacke bekommen oder den Rucksack, das wäre krass, Rucksack, Ich bin so durcheinander, sorry, Jungs, ich habe euch ja versprochen, dass ich gleich Dinger scale. Ich könnte jetzt theoretisch dahin fliegen, wenn ich will, ich habe ja ne Waffe. Ach, ich gehe zur Tankstelle. Doppelpump bringt nichts, aber auch egal. Leider, dass Doppelpump weg ist, ne. Das ist auch mit Heavy und Pump, auch mit Taktische und Pump, auch mit Taktische und Heavy. Ich finde das so scheiße von Epic. Ja, wie das sich anhört, Epic, Epic, Epic Games, epische Spiele. Ja man. Ich streame schon seit, keine Ahnung wieviel lang. Ich sehe es gerade, nein, 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 nicht übertragend beendet. Junge, wo ist der, Digga, wenn der Dörrbarer jetzt hier nicht da ist, dann war es wirklich ne Zufall, Jungs. Aber ich verhaffe das nicht. Warum ist der Dörrbarer, warte, bitte, bitte, bitte. Er ist nicht hier. Oder hier wurde es schon abgebaut. Ich gehe jetzt pushen. Erst mal tanzen. Erst mal tanzen. Ich habe ja auf jeden Fall keine Liebe. Ey, wenn du keine Liebe willst, dann komm doch. Hast eh kein Aim. Hat man doch gerade ge... Ja, aber, Digga. Okay, besseres Aim als ich, aber komm vor. Er will halt keine Liebe, das ist, das darf er. Ich habe keine Muni mehr. Ja, so kacke. Ich muss ihn halt mit Pampuschen. Ich habe halt keine Materialien mehr. Ich meine, Stimme. Tanzt hier einer? Könnte wirklich sein. Oh, nee. Nein, 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 nein. Danke für den Mun. Hast eh nur 10, aber egal. Hey, Jungs, er hatte keine Materialien mehr. Ich hatte keine Muni mehr. Weil ich habe trotzdem gewonnen. Oh, da ist wohl einer mutig und fährt. Ich weiß, ich mache gerade einen riesen Fehler ohne Bauen. Ich will halt Materialien sparen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das meinte ich. Jetzt habe ich keine Materialien mehr. Ich habe keine Muni mehr. Und bin jetzt tot. Jungs, das meinte ich mit den Materialien. Jetzt fahrt's so ab. Hätte ich schon früher gebaut, hätte ich nachher keine Materialien. Aber ich wäre so oder so gestorben. Ich bin jetzt auf jeden Fall. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Komm bitte, ich bin jetzt Level 20. Ja, Alter. Level 21 bestimmt. Ja, habe ich doch gesagt, Mann. Ich muss einen mit Haftgeknaden killen, Digga. Oh mein Gott. So zwei. Zwei mit Granate oder zwei mit Zivil. Hä, ich hab doch mit Zivil gekillt. Hä? Jungs, ich hab... Hä? Egal. Ich hab zwei Leute mit Zivil geholt. Aber vielleicht sind nur Granaten erlaubt. Könnte auch sein. Ich hab wieder die neue Waffe. Schon wieder die neue Waffe. Ja. Was ist jemand wo? Ja. Ja, wo? Ja, wo? Ja. 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 Ja, ja. Ja, Mann. Ja, Mann. Ah, ich weiß nicht, ob ich die Papa nehmen soll. Ja, komm. Ach stimmt, das geht ja gar nicht. Ich glaube, hier ist keiner gelandet. Oh, die Musik nervt mich hier halt. Na, will ich das so abfacken? Oh, Haftgranaten, die muss ich mitnehmen. Die Aufgabe. Scheißmark, die irgendwo ist. Da nutzt jemand das Portal. Hey, Junge. Ah, ich dachte schon wieder die neue. Irgendwann, die Sniper kann ich aber dann nicht mitnehmen. Ich muss halt die Aufgaben machen für Season 5. Darum ist keine Pro. Ich bin auch in Zone. Wenn ich diese Runde jetzt nicht gewinne, weiß ich auch nicht. Dann bin ich raus. Dann gehe ich aus meinem Zimmer und gehe runter und weiß was ich. Hier in das Haus, in das Disco ausgehe ich fast nicht, weil es alles zu laut ist. Ich habe da keinen Bock hinzugehen. Ihr hört jetzt? Das ist so laut bei mir. Das ist so laut bei mir. Ich habe da nicht. Aber ich steige mich da raus. Ich habe das. Und ich habe das. 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 Das ist voll Holz, Stein, Metall, ne. Aber ich könnte das noch schaffen zu gewinnen. Die Zone ist riesig. Und das leiden nur noch 21 Gegner. Also ich könnte das schaffen. Vielleicht mein zweiter epischer Sieg heute. Das sind einfach zwei Portale. Eins hat, glaube ich, einer schon genutzt. Sieht ihr das, das? Äh. Äh. Ja, Mann. Auf dem Werk ist nichts, oder? Ja. Eigentlich nichts Besonderes. Hä? Dicker. Als ob man jetzt die nur einmal benutzen kann. Man könnte die immer zweimal, jetzt einmal. Was ist los mit Fortnite? Ach komm, ich höre jetzt hier noch eins. Wo ist das? Ganz ehrlich. Ich. Oh, Fortnite. Das könnte hier nichts bringen. Aber ich habe ja gesagt, wenn ich die Runde gewinne, dann... ja, dann... gut. Ich bin halt nicht so gut als Spieler, wie ihr wisst. Ich schaue. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Hier war auch einer. So. So. Jetzt kann mir keiner auf A schicken. Bei Fortnite. Ich hab schon 500 oder so, ne? Ich schwöre. Nur ihr da draußen könnt mir den auf A schicken. Warte, wenn ich den mit Haftgranate bekomme. Ist das top oder flop, Jungs? Es könnte top sein, aber wo ist der grad hingelaufen? Hä, Jungs, ich schwöre. Das war's auch mal wieder mit der Aufgabe. Ja, Mann, Jungs. Ja, Mann, Jungs. Oh, Jungs, ich hab ihn. Oh, mein Gott, Alter. Das war so knapp. Oh, mein Gott, Jungs, ne? Oh, mein Gott, Jungs, Alter. Mein erster Kill, aber egal. Einfach mit der Maschinenpistole nur. Einfach nur. Alter, war das knapp, Jungs. Ganz ehrlich, das war top, finde ich. Einfach mit der neuen Maschinenpistole ihn zerfickt, Junge. So geht das. Merkel, ach, ba. Oh, mein Gott. Oh. 58 nur. Alter, da hat der Glück gehabt. Und jetzt keinen Fallschaden. Oder wie? Die. Durch seine Beine, Jungs. Hab seine Haare getroffen. Die. Komm, piek, piek, piek. Mach das Entchen piep. Ist alles gut. Alter, ich wusste nicht, dass er weiß, wo ich bin. Mach das Entchen piep. Ist alles so still. Mach das Entchen piep. Ist alles so still. Mach das Entchen piep. Mach doch mal piep. Mach doch piep. Mach doch piep. Mach doch piep. Mach doch piep 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 piep. Mach doch piep. Du musst in die Zone, du kleiner piep 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 piep. Mach doch piep piep piep. Mach doch piep piep piep. Mach doch piep 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 piep. Komm, pick du eh? Mann, so ein kleiner Bastard. Mann, man kann halt nichts tun, ne? Äh, Wichser. Wapp. Warum spielt man auch so dreckig mit so einer Scheiß-Falle, Mann? Von wegen mein Freund sagt, bei ihm steht demnächst verfügbar, Digga. Hier ein Pre-Intro, Alter. Noch 1.000. Ich hab doch gesagt, bei Level 21 geht das. Gaming, Gaming. Ah! Durch seine... Please, ich will so durch seine Beine... Nein, nein, nein. Bleib stehen, bleib stehen. Oh, mein Gott. Will der Schaufgau? Nein! BCC Trolling. Clip das. Clip das, Mann. Clip den Scheiß. Bitte. Auf BCC. Clip das. BCC Trolling, Mann. BCC, Mann. BCC Trolling. Gerara, ja. Okay. Paradise. Die Schrotte. Da klär ich den Controller, Mann. Und dann Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Warte, ihrchen ist... Alter, die nehm ich mit. Na doch, hier. Bäh, die hat ja mega viel Holz. Oh, ein Freund von mir ladet mich an. Ich geh mal gleich rein. Oh mein Gott, der eine ist schon tot. Er hat mich durch die Wand. Er hittet mich durch die Wand. Wie geht das, Mann? Er hittet mich durch die Wand, Alter. Das regt alles nur so auf. Noch 5 Minuten. Ich hab so viel XP bekommen. 500 XP bekommen, das schaff ich. Jungs, wenn ich Level 21 geschafft hab, dann... Ja, dann mach ich ein... Ah, ich brauch noch 400. Auf jeden Fall, wenn ich Level 21 geschafft hab, mach ich dann noch 5 Minuten einen Girl of Duty Livestream. Hatte ich ja noch nie auf meinem Account, glaub ich, oder? Ich würd sagen, ich mach die gleiche Technik wieder. Die war eigentlich voll gut. So, jetzt warten. Jetzt auf dem Handy zucken, Alter. Das macht Spaß. Oh, ich kann ja bei ihm gerade beitreten. Ähm, okay. Ich geh bei ihm in die Party rein. Hätte da keiner gefilmt. Da ist jemand geholfen. Oh mein Gott, aber... vom Party raus? Ey, Jakob. Hm? Jakob? Ja. Ey, Jakob, zockst du dich. Ich versuche 3 gegen 3 zu machen. Machst du nicht? Na, wie... Wie 3 gegen 3? Ja, das geht. Ach so, ja, okay. Tschüss, ne? Das war ein richtiger Penner. Ja. Geht euch zurück und könnt euch vor wie ich jetzt hier. Heute spielen wir Black Ops 3. Und ich bin nicht nur besser am Spiel, sondern auch auf YouTube. Und das zeigen wir meinem... Ja, moin, Internet. Geht euch zurück und könnt euch vor wie ich jetzt hier. Heute spielen wir Black Ops 3. Und ich bin nicht nur besser am Spiel, sondern auch auf YouTube. Und das zeigen wir meinem Bruder. Wir machen jetzt ganz viele Abonnenten. Abonniert alle und wir zeigen meinem Bruder, dass ich so richtig gut bin. Dann krieg ich vielleicht auch mein erstes Essen ab. Weil mein Bruder alles weg ist. Oh nein, echt nicht. Schnellfeuer. Langer lauf wie mein Penis. Visoniert. Nein, nicht klingend. Raus. Visoniert eine Runde herzhaft. Hallo, mein Name ist Bobby. Hallo? Ist jemand da? Rikki? Wirst du mein Freund sein? Mama? Was? Rikki? Wirst du mein Freund sein? Du, Madre. Hello, darkness my old friend. I've come to talk with you. Warte ab, du... Wander, ich bist doof. Egal, warte ab. Ich bin eh ein besserer Spieler als mein Bruder. Ich werd ihn jetzt richtig weg holen. Hallo? Mein Name ist Bobby. Da ist noch einer. Bobby. Bobby. Ohne. Mein Bruder sagt mal, die Lobbys sind schlecht. Er ist einfach nur schlecht. Mein Bruder bespärt nicht immer, dass die Lobbys schlecht sind. Er kann aber einfach nur nicht aimen. Wo kommt einer? Oh. So. Eins. Zwei. Drei. Weiter kann ich nicht zählen. Dimmalo und Dabobicis. Rikki? Mein T-Mail hat ganz viele Ostereier. Guck da! Aber Ostern war doch so... Kann man die kaputt machen? Was ist da drin? Oh. Ist hier einer? Haha. Bist du dumm. Er denkt, er kann nicht respektvoll... Bobby! Aber Bobby ist überall! Hei, Pottimucci, Sally. Warum ist der so böse zu dir? Ja. Ich habe so gutes Elf, ich bin besser als ich... Oder lass mich nur werfen, okay? Sobald ich warm bin, dann... Ob ich's gameplay... Und... Unser Eier. Hei. Wunderterfrieden, die... Wenn ich meine Atelierin erzähle, dass ich in Theoday so gut bin, dann muss ich mit 5 richtig stolz sein. Ey, ja, wo bin ich doch endlich super easy? Rikki, why are you so bad? Ja. Hallo, ist Frank da? Ja. Hallo? Hallo? Willst du mein Freund sein? Ja bitte. Mein Name ist Bobby und deiner? Frank! Frank! Ich bin tot! Eieiei. Du hast eine lustige Zimmer, du klingst wie ein Bastard. Schön. Ich habe Angst vor ihm, ich habe ihn leise gemacht. Frank! Ich bin tot! Oh, du bist so schlecht. Ich bin nicht wie mein Bruder und bist wärmig über mein Team. Ich bin einfach besser als er. Und... Und mach mehr Kills. Weil wenn das Team schlecht ist, dann krieg ich mehr Kills. Sind es Leute oder sind es nicht? Oh, was ist hier passiert? Ganz viel Sandkasten. Aber kurz vor Geist habe ich so mehr erreicht als mein Bruder. Geist! Ich hab ihn. Denn ich bin besser als mein Bruder, er ist schlecht. Bumm, bumm. Ich bin besser als mein Bruder, er ist schlecht. Bumm. Wie kann er überhaupt in derselben Familie sein wie ich? Das geht doch gar nicht. Und rappt! Ich bin einfach 8 und besser als mein Bruder. Er hat so viel COD in seinem Leben gespielt, wie ich alt bin. Frank, hast du gesehen wie gut ich bin? Warum bist du so schlecht? Weil ich COD nicht kann. Aber warum kannst du das nicht? Wie alt bist du? 14. Ich bin 8 und ich bin besser. Mama hat gesagt, tot heißt, wenn man Zigaretten holt. Aber egal, ich werde ganz viele Leute töten. Höh! Er hat ein Lagerfeuer gemacht. 39. Neuein. Weites Spiel am Tag. Und die Men. So gut, gebt. Sorgt ja mein Bruder wird sauer, wenn ich die so schlecht mache. Oh nein! Hakuna Matata! Timon und Pumbaa! Hallo mein Name ist Karl! Hallo mein Name ist Bobby! Guck mein Team ist auch schlecht! Aber geh ich raus? Nein! Weil ich einfach besser bin als du und trotzdem spielen kann! Ich bin irgendwo. Die Kappe gehört mir! Was? Warum hast du so viel genommen? Oh, Ende! Ohohoho! Ihr seid so schlecht! Ein 8-Jähriger gibt 9! Oh! Oh! Oh, wenn ich dieses Video sehe, ich habe richtig voraus. Oh nein! Meine Munition war leer! Egal, dann holen wir uns D! Und D! Ohohohoho! Ich bin der Beste! Da kommt noch einer! Ohohohoho! Ich bin 8! Ich bin 8! Hier noch einer! Besser! Das ist auch Geist! Während ihr einen Hater habt, habe ich einen Geist! 46 Kills! Guckt euch mein Team an! Und guckt euch das andere Team an! Und trotzdem bin ich besser! Weil ich einfach mehr Reflexe habe! Weil ich mehr Noten habe! Ich bin noch ein Spiel! Ich zeige euch jetzt, wie ich sie so richtig einseife! Ich will der Allerbeste sein! Legt euch nicht mit Bobby an! Bobby! Bobby! Ja? Hey Bobby! Ja? Ja, ich bin Bobby! Ich erschre page! Deine Verbindung ist leichter, als die Verbindung zu meinen Brüdern Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert den Kanal Und bis zum nächsten Mal! Und Tschüss! Und Schüch! Wir fallen so 카�EO! Und es istün Java trip khibrahimovic! Hallo Mam, hast du das? Warum bist du da so dreckig im Gesicht? Hallo, ich bin Bobby und mein Bruder sagt, ich soll jetzt ein Video machen, weil er selbst kein's machen möchte, obwohl ich eigentlich im Kindergarten war. Ich war so länger nicht mehr hier, aber jetzt bin ich wieder da. Ich hab jetzt auch meinen eigenen Account, der heißt Sams Bruder Bobby. Ich bin erst Level 11, aber trotzdem so besser als beide meine Brüder. Habub hat mir gesagt, Wallah, er macht was, aber er gibt mir nie was zu essen. Aber egal, ich werde jetzt allen zeigen, dass ich besser bin. Ich spiel auf der Frau an P2-Aufsätze und eben trotzdem besser als heftig. Ich mach sowieso mehr Aufrufe als du auf deinem eigenen Kanal. Nein, hör nie, komm da und hebe da. So, jetzt fährst du... Ein P2-E, nicht liebe P2-E. Oh, dein Vogel, nein, noch ein P2-E. Komm her, komm her. Hallo, mein Name ist Bobby. Was heißt eigentlich 361 im Klantik? Bei mir im Kindergarten ist das die Nummer von dem Zimmer, wo unten die Windeln gewechselt werden. Hallo? Hallo? Ich... 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 Oben... Ich... Oben... Oben... Rechts... Hallo? Hallo? Hallo, mein Name ist Bobby. Ja, das hab ich mehrfach gehört, ja. Es tut mir leid, ich wollte nicht schreien. Krieg ich jetzt Ärger? Bist du böse? Ach, mir ist das schrecklich. Ach... Das ist scheiße, sag mal nicht, hat meine Mama gesagt. Die holt dann immer ein Holsteck und legt mich. Dann krieg ich immer ein Fleck, die blau sind. Genauso wie ich. Alles klar. Du hast nur drei Kills und zehnmal bist du gestorben. Was... Warum? Typ mir wenigstens klingt ehrlich, als wäre er geistig behindert. Oh, ja. Und weil ich zum allerersten Mal, äh, zum Allerspieler spiele, normal spiele ich nur GTA 5 und siehe. Ich bin doch gar nicht geistig behindert, ich bin erst nach. Mhm. Glauben bitte. Du bist ganz böse zu mir. Ich hoffe, dir fällt ein Keks runter. Oh mein Gott. Guck mal, wer Erster ist. Ey, ich bin besser als du und ich bin wahrscheinlich nur halb so alt. Das ist ein Grund. Für die große. Wenn ich das mein Papa trage, dann kommt er zu euch und legt euch in die Toilette, hat er mir jemand gesagt. Kein Stress. Okay, dann sag ich meinem Papa jetzt Bescheid. Ja, mach das. Jetzt sag ich Papa. Ach. Ich hab ja jetzt Bescheid gesagt. Und kaum bin ich weg, haben die einen Powerkorb. Und ich stress da. Ich brauchst 5 zu 80. Kann ich bitte mehr Kills machen, damit ich keinen Krieg krieg, bitte? Ja. Ja. Es ist mein Schwanz von mir, dass man sich besser versteht. Ich hab kein... Ich hab kein Hund. Wie soll ich denn ein Schwanz im Mund haben? Ich bin der Einzige, der Kills macht hier in unserem Krieg. Ja, der Einzige. Ja, genau. Der Einzige, nicht der Einzige. Ich bin achten, schlauer als du. Ja. Muss ich dir recht geben. Weißt du, was wir machen sollen in dieser Situation? Einfach ganz fröhlich sein und ein Lied singen. Ich oben rechts. Wirst du mit mir ein Lied singen? Hoho, ich hab so gut geapet grad. Ich bin besser als wenn du da. Wollen wir ein Lied zusammen singen? Oh, halt einfach, sie fressen. Ich sing dir gleich was. Okay, sing mir was, bitte. Wir singen alle meine Äpfchen. Okay? Alle meine Äpfchen wimmen auf den Räppen. In das Wasser. Du bist explodiert. Wändchen in die Hüte. Sehr schlau. Ich hab Nostrid gemacht, weil mein Teammate 6 zu 25 hat. Er ist der schlechteste. Okay. Er kann nichts verlagen. Ein 8-Jähriger bringt ihn dazu zu zweigen. Die ersten Sichten ist scheißegal. Ich bin kompletter Anwänger zweitens. Alter, kannst du mir nicht erzählen, ob du erst 8 Jahre alt bist. Na? Geistig vielleicht. Was für Geister? Ich glaub nicht, ein Geister. Ja. Eindeutig. Du hast Geistig behindert. Du hast eine IQ-Ebene geschützt. Wir werden alle noch stehen. Und zwei im Kopf? Nein. Alter, du musst so behindert sein. Ich weiß nicht, du bist. Haptic. Haptic. Ich bin Bock. Ich bin dein eigener Mann. Boah. Du bist schon wieder in meinem Team. Oder wie hast du es die letzte Runde mit dem ausgehalten? Haptic. 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 Dann spielst du schon seitdem ich fünf bin, seit drei Jahren? Ich hab noch nie ernst gemeint hier drin. Was? Bobby! Ja? Du bist heftig, ne? Nein, mein Heftig ist meine Mutter. Alle kennen mich. Ich bin nicht nur jung als hier, sondern auch als die Katze. Könnte ich so auch ein bisschen sehen lassen. Ich kann mehr reden als alle meine Kinder. Warum bist du so böse? Hat deine Mama dich nicht geliebt? Oh, ich weiß. Energiekörn. Genau so will ich dich sehen. Geist. Energiekörn. Was hast du noch? Hast du die Liebe deiner Mama noch? Nee, 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 nee. In ihm bist. Nee, du bist. Nee, du bist. Nee. Neuer Geist. Neuer Geist. Neuer Geist. Probier das auch wie ein Geist. Lauf. Lauf, lauf, lauf. Du siehst her, wenn du so weiter stehst. Nee. Ach so? Nee. Jetzt bin ich gestand. Nee. Nein. Nein. Ich hatte auch dich auch. Na, da. Schneller. Brumm. Brumm. Du bist gegen die Wand geknallt. Guck mal, wie ist es echt gewünscht. Nein, ich bin nur so gut. Wie ist es auf GTA 5? Ja. Ja. Lass uns dann mal da treffen. Wir sind dann im T.O.D. und du bist nicht. Ja, man kann nicht überall gut sein, ne. Fangen wir gerade erst an. Dann habe ich mein Leben in T.O.D. gespielt. Noch nie? Warum hast du dazu gespielt? Nein. Lass ein Geld verspielt. Nein. Nein. Ich verzichte. Aber warum? Ich spüle. Halt doch dein Maul. Ich sehe nicht mein Geld. Du hast gesagt. Ich hoffe, die da auch keine böse Sachen mehr haben. Ja. Du warst gut zu mir. Weißt du, wie wir sind. Wenn du bist, wie wir sind. Wenn du bist, wie wir sind. Wenn du bist, wie wir sind. Das sind Anfänger da. Weißt du spielen. Und dann meinst du, wie du kannst große Fressen machen. Die meisten Tote im Team. Aber einer fängt es da mal. Keule. Wir wussten alle, dass er brummt. Und wir fänden uns überall. Ich glaube, wir kriegst du mal. Wir haben noch was. Das wird vermischt. Nein. 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 Da wollte jemand mein Blut klauen. Hä? Blut. Basta. Na gut. Da kann der andere. Und drei Tote weniger. Was kannst du jetzt gegen mich sagen? Bitte. Los. Ja. Los. 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 Hallo. 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 Willst du spielen? Hallo. Hallo. Nicht Spaß. Okay. Was willst du von mir? Bitte so. Hm. Eigentlich wollte ich jetzt Black Ops 3 gehen. Was ist denn? Komm ein bisschen zu. Na ja. Ähm. Ich muss kurz mein Fortnite neu starten.